25 Jahre IMC Fachhochschule Krems, 25 Projekte. Unsere Tour geht weiter. Wir konnten auch unseren Aufsichtsrat überreden. Der Aufsichtsrat hat gemeint, er macht eine Teaching-Tour. Eine Teaching-Tour bei der Jungen Uni und Bürgermeister Resch und Dr. Schwarz konnten unsere Jungen überzeugen mit zwei spannenden Vorträgen. Unsere Junge Uni findet heuer zum 13. Mal statt. Das Motto war heuer ökologisch und 250 Jungstudierenden konnten die ganze Woche lachen, feiern und auch lernen am Campus. Untertitelung des ZDF für funk, 2017